Der Countdown zur völligen Zerstörung läuft. Eine tödliche Hitzewelle fegt über die Erde hinweg. Es ist kein Ende in Sicht. Nur die Vernichtung der Menschheit. Denn die Erde rast auf die Sonne zu. Wenn sich die Erde der Sonne annähert und die Temperaturen steigen, schmilzt das Eis in der Antarktis und lässt den Meeresspiegel ansteigen. Bei so extremen Temperaturen kann man nicht vor die Tür gehen. Und ohne Strom funktioniert auch keine Klimaanlage. Jegliche Feuchtigkeit in uns würde kochend verdampfen. Wir würden kochen. Das ist die Pforte zur Hölle. Sind wir bereit für den jüngsten Tag? Können wir das überleben? Die Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne, um bewohnbar zu sein. Aber was, wenn unser Planet plötzlich aus einer Umlaufbahn und in Richtung der sengenden Hitze der Sonne katapultiert würde? Wie lang könnten die Menschen überleben? Wir können keine heiße Luft einatmen. Bei 60 Grad Celsius verbrennen wir uns die Lunge. Wenn wir uns der Sonne nähern, breitet sich in Richtung der Pole eine wahre Todeswelle aus. Man müsste also immer weiter nach Norden oder Süden ziehen, um am Leben zu bleiben. Ist es heiß genug, schmilzt Aluminium und sogar Stahl. Jegliches Anzeichen für Zivilisation wird ausgelöscht. In den Tiefen des Nordatlantiks geschieht etwas Seltsames mit dem berühmtesten Schiffswrack der Welt. Die Titanic liegt in 3800 Metern Tiefe auf dem finsteren Meeresboden. Seit ihrem Untergang 1912 ist sie in der Dunkelheit gefangen. Aber jetzt ergießt sich plötzlich Sonnenlicht über das Wrack und es wird vom Meeresboden freigegeben. Auf einem Feld nahe Houston in Texas bemerken zwei Hobbyastronomen, dass ihre Sternbeobachtungs-App, die bisher immer sehr genau war, nicht mit dem Nachthimmel übereinstimmt. Die Sterne sind nicht da, wo sie sein sollten. Normalerweise scheinen die Sterne und Planeten jede Nacht an einer etwas anderen Stelle am Himmel zu stehen, weil die Erde auf ihrer jährlichen Sonnenumrundung eine etwas andere Position eingenommen hat. Aber an diesem Abend gehen die Sterne und Planeten exakt an derselben Stelle auf, wie am Abend zuvor. Als Astronom würde man denken, da ist wohl was falsch gelaufen. Aber wenn man mit seinen Kollegen spricht, stellt sich raus, dass mit allen Teleskopen was falsch läuft. Der Grund für die unveränderte Position der Sterne ist, dass die Erde nach viereinhalb Milliarden Jahren aufgehört hat, um die Sonne zu kreisen. Ein furchteinflößender Gedanke. Und die Ursache liegt 50 Millionen Kilometer entfernt. Ein vagabundierender Stern mit sonnenähnlicher Masse zieht durchs All. Wir stellen uns Sterne ortsgebunden vor. Aber manchmal kommt ein Stern zu nahe und sorgt für Durcheinander. Kommt er extrem nahe, könnte er die Umlaufbahn von Planeten stören. Die Anziehungskraft des Sterns ist so enorm, dass sie die Erde beeinflusst, während er an ihr vorbeizieht. Selbst aus Milliarden Kilometern Entfernung. Würde so ein Stern hinter der Erde vorbeiziehen, würde er sich in die entgegengesetzte Richtung von ihr bewegen, sodass seine Anziehungskraft sie verlangsamen und ihr einen Teil der Umlaufenergie nehmen würde. Die Anziehungskraft des Sterns entspricht exakt unserer Umlaufenergie um die Sonne. Aber sie wirkt in die entgegengesetzte Richtung. Das würde die Erde in ihrer Umlaufbahn stoppen, sodass sie praktisch direkt in Richtung der Sonne driften würde. Bisher ist die Erde mit einem Abstand von durchschnittlich 150 Millionen Kilometern um die Sonne gekreist. Jetzt, da sie ihre Umlaufbahn verlassen hat, zieht die Sonne sie jeden Tag um Millionen Kilometer näher zu sich. Und je näher wir ihr kommen, desto wärmer wird es. In Houston liegt die Höchsttemperatur für gewöhnlich drei Monate im Jahr bei über 32 Grad Celsius. Jetzt steigt das Quecksilber jeden Tag auf 38. Die Texaner begegnen der Hitzewelle auf ihre gewohnte Weise. Mit Klimaanlagen. Knapp 6000 Kilometer entfernt ächzt auch Barrow in Alaska unter einer Hitzewelle. Und da die Temperaturen in der nördlichsten Stadt der USA meist unterhalb des Gefrierpunktes liegen, hat hier kaum jemand eine Klimaanlage. Doch jetzt herrschen hier mit über 35 Grad Celsius Temperaturen wie in Houston. In Städten wie Lagos in Nigeria ist es noch schlimmer. Afrikas bevölkerungsreichste Metropole hat ein sehr anfälliges, schlecht gewartetes Stromnetz. Selbst mit dieselbetriebenen Notstromgeneratoren haben die Einwohner Schwierigkeiten, in der Wärme zurechtzukommen. Zunächst gehen alle davon aus, es würde sich lediglich um eine neuerliche Hitzewelle handeln. Aber dieser Temperaturanstieg ist der Anfang vom Ende der Welt. In der Karibik bilden sich völlig Jahreszeit untypische Sturmzellen. Tausende fliehen ins Landesinnere, während Winde mit 160 Kilometern pro Stunde auf die Nordküste Kubas treffen. Zurückbleiben zerstörte Häuser und überflutete Straßen. Die globale Erwärmung führt zu heftigeren Stürmen. Heute sind Hurricanes stärker als in der Vergangenheit, weil wir den Planeten erwärmt haben. Eine wärmere Erde bedeutet also heftigere Stürme. Schon nach etwa einer Woche würden sich die gestiegenen Temperaturen in Stürmen niederschlagen. Zieht ein Hurricane über warme Gewässer hinweg, wird er schneller und stärker. Entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten verrammeln Hunderttausende ihre Fenster, stapeln Sandsäcke vor ihren Häusern und legen Nahrungs- und Wasservorräte an. Der Sturm kommt auf die USA zu, gewinnt dabei immer mehr an Kraft und trifft schließlich auf Cape Fear in North Carolina. Mit zunehmender Hitze steigt auch die Zahl der Stürme. Tausende sind plötzlich obdachlos und kämpfen ums Überleben. Einige können sich in Sicherheit bringen, andere haben weniger Glück. Gleichzeitig trifft 800 Kilometer weiter nördlich ein weiterer Supersturm auf die Promenade von Atlantic City und überflutet die Küste von New Jersey. Touristen und Einwohner versuchen verzweifelt, sich in höher gelegene Gebiete zu retten. Schon nach nur sechs Tagen wird das Wetter derartige Kapriolen schlagen, dass die dortigen Strände vollständig überflutet sind. Während an der Ostküste Hurricanes wüten, erheben sich im Flachland von Texas Tornados. Und die Winde peitschen mit über 300 Kilometern pro Stunde durch Dallas. Es gibt mehr Tornados, mehr Wetterkapriolen, mehr Unwetterfronten. Alles wird insgesamt extremer. Es gibt immer heftigere Unwetter mit immer mehr Blitzen, die trockenes Holz entzünden und so immer mehr Waldbrände auslösen können. Aber die größere Gefahr ist die Hitze, die die Stürme verursacht. Täglich steigende Temperaturen bedeuten Lebensgefahr für jeden auf dem Planeten. Seit Anbeginn der Menschheit bedeutet der Sonnenaufgang, dass ein neuer Tag beginnt. Aber irgendwann wird dieser lebensspendende, energiereiche Ball zum tödlichen Glutofen. Und das Letzte, was man jeden Morgen sehen will, ist, wie diese Kugel ganz langsam immer näher auf einen zukommt. Jeden Tag kommen wir der Sonne ein Stückchen näher. Jeden Tag bewegen wir uns unaufhaltsam auf die Hölle zu. Würde die Erde plötzlich näher zur Sonne wandern und so eine nie dagewesene Hitzewelle auslösen, könnten wir überleben. Zwei Wochen, nachdem ein vagabundierender Stern die Erde aus ihrer Umlaufbahn befördert hat, ist sie der Sonne schon fast zwölf Millionen Kilometer näher gekommen. Die Temperaturen in Houston und anderen amerikanischen Städten steigen und steigen. Immer mehr Menschen bleiben in ihren Häusern und nehmen immer mehr Wasser zu sich. In großen Teilen Europas klettert das Thermometer derweil auf 38 Grad Celsius. Über 30 Prozent höher als normal. Auf dem gesamten Kontinent rafft eine Hitzewelle geschwächte und ältere Menschen dahin, von Schottland bis Russland. Biologische Systeme haben ein Thermostat, einen festen Temperaturbereich, innerhalb dessen die chemischen Reaktionen in unserem Körper optimal funktionieren. Schon wenige Grad mehr oder weniger können sich drastisch auswirken. Die meisten Todesfälle gehen auf Hitzschläge zurück. Steigt die Körpertemperatur auf über 40 Grad Celsius, wird das zentrale Nervensystem beeinträchtigt. Die Hitze kann den Körper förmlich lahmlegen und sogar tödlich sein. Für hunderte Millionen Menschen ist eine Klimaanlage jetzt keine Bequemlichkeit mehr, sondern überlebensnotwendig. Diejenigen, deren Räume klimatisiert sind, leben weiter. Wohnungen ohne Klimaanlage werden zum Sarg. Klimaanlagen sind in Europa nicht so verbreitet. Die wenigsten Menschen sind an solche heftigen Temperaturschwankungen gewöhnt. Das liegt zum Teil am gemäßigteren Klima und zum Teil daran, dass alte Gebäude teilweise einfach nicht darauf ausgelegt sind. Wenn die Temperaturen steigen, kann man ohne Klimaanlage nichts machen. Anfang des 21. Jahrhunderts fielen 10.000 Europäer Hitzewellen zum Opfer, nachdem die Temperaturen teilweise auf über 40 Grad Celsius anstiegen. Und da lagen die Temperaturen nur etwas über dem Durchschnitt. Kein Vergleich zu den Extremwerten, die es gäbe, wenn sich die Erde auf die Sonne zubewegt. Trotz der Wüstenhitze im Freien herrscht in Dubais Luxushotels und Einkaufszentren eine Durchschnittstemperatur von rund 25 Grad Celsius. Und im Indoor-Ski-Ressort sind durchgehend Minusgrade. Ohne Klimaanlage, die auf eine zuverlässige Elektroinfrastruktur angewiesen ist, können Städte wie Dubai oder Las Vegas, Phoenix oder Houston nicht funktionieren. Dort strömt nach wie vor kalte Luft. Noch. Wenn die Bevölkerung rund um die Uhr die Klimaanlage laufen lässt, um die Hitze zu überstehen, ist das eine enorme Belastung fürs Stromnetz. 21 Tage sind vergangen, seit die Erde ihre Umlaufbahn verlassen hat. Inzwischen ist sie der Sonne rund 20 Millionen Kilometer näher gekommen. In Flüssen, Stauseen und Städten auf der ganzen Welt verdampft zusehends das Wasser. Flusspegel würden sinken, weil das Wasser verdampfen und der Nachschub an Schmelzwasser aus den Bergen fehlen würde. Das würde als erstes versiegen. Die meisten seichten Flüsse und Kanäle werden austrocknen. Wenn wir nahe genug an der Sonne sind, fängt das Wasser in den Kanälen von Venedig an, restlos zu verdampfen. Der Markusplatz wird noch immer von Tauben bevölkert. Sie kommen auch mit Temperaturen von 50 Grad Celsius und mehr zurecht. Aber der Platz ist menschenleer. Eine Geisterstadt mit ausgetrockneten Kanälen. Bei weiterhin steigenden Temperaturen ist in den oberen Breitengraden in ganz Nordamerika und den nördlichen Teilen Europas und Asiens jeglicher Schnee geschmolzen. Die Menschen leiden. Viele sterben. In Äquatornähe ist die Hitze noch extremer, mit 55 Grad Celsius und mehr. In Ländern wie Kolumbien oder Brasilien, Uganda, Kenia und Indonesien kommen die Lebenden nicht mehr hinterher, die Toten beizusetzen. Die Bevölkerung in Äquatornähe würde nicht überleben. Und das ist erst der Anfang. Während die Erde der Sonne immer näher kommt, suchen die Menschen im Innern von Bergenschutz. Und Städte ersticken im Sand. Weltweit verwandelt die extreme Hitze fruchtbares Land in Wüstengebiete. In Ägypten ist der lebensspendende Strom des Nils versiegt. Wenn der Pegel des Nils sinkt, vertrocknet das Land um ihn herum, das er gewöhnlich überflutet hat. Es folgt eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Sandstürme entstehen. Sie sind so heftig, dass Sand von Westafrika bis nach Israel und noch weiter geweht wird. Im amerikanischen Südwesten, auf demselben Breitengrad, wiederholt sich das Szenario. Aus Phoenix und Tucson wird Sand in Richtung New Mexico geweht und von dort nach Houston. Enorme Sandstürme aus dem Osten Kaliforniens erstrecken sich über drei US-Bundesstaaten. Die Sandstürme blockieren Wege und Fahrbahnen und machen den Menschen schwer zu schaffen. Im Westen und Südwesten der USA ersticken Tausende. Und die Krankenhäuser werden der Lungenbeschwerden kaum Herr. Weltweit steigt die Zahl der Toten. Über eine Million Menschen sind Hurricanes, Sandstürmen und Hitzschlägen erlegen. Dennoch ist ein Großteil der Welt bisher gar nicht beeinträchtigt. Die Erdoberfläche ist zu rund 70 Prozent von Wasser bedeckt. Und schon wenig unter der Meeresoberfläche spielt sich das Leben ab wie zuvor. Meerwasser leitet Sonnenlicht nicht sonderlich gut. Pro 45 Meter Wassertiefe gehen je 36 Prozent des Lichts verloren. Und es dauert, bis sich die Temperaturveränderung durchsetzt. Meeresbewohner, die sich im Wrack der Titanic am schlammigen Grund des Nordatlantiks häuslich eingerichtet haben, sind also nicht beeinträchtigt. Seit ihrem Untergang 1912 ist die Titanic Heimat von Tiefseebewohnern wie Grenadierfischen und Seespinnen. Sie leben im verfallenden Rumpf. Fast 4000 Meter eiskalten Wassers liegen zwischen ihnen und der katastrophalen Hitzewelle. Für sie ist alles beim Alten. Aber an der Oberfläche ist das Leben in größter Gefahr. Wir Menschen sind wagemutig. Wir halten durch, solange es irgendwie geht. Einige suchen in einem Bergschutz in der chinesischen Provinz Shang-Chi. Mehr als einen Kilometer über dem Meeresspiegel liegt die Eishöhle von Ningwu. Sie führt rund 90 Meter in die Tiefe, schließt eisige Winterluft in ihrem Innern ein und bleibt das ganze Jahr über gefroren. Selbst äußerst heiße Tage können den dicken Eisschichten nichts anhaben. Ich war schon in verschiedenen Eishöhlen. Darin ist es wirklich sehr, sehr kalt. Sie bräuchten natürlich Nahrung, Wasser und Strom. Außerdem müssten sie sich über Abwasser Gedanken machen und über jede Menge anderer fragen. Aber sie könnten versuchen, in diesen Höhlen zu leben. Auch an anderen eisigen Orten auf der Welt suchen die Menschen verzweifelt Schutz. Am Nord- und Südpol. Wenn wir uns der Sonne nähern, breitet sich in Richtung der Pole eine wahre Todeswelle aus. Man müsste also immer weiter nach Norden oder Süden ziehen, um am Leben zu bleiben. Die Leute werden in die Arktis oder Antarktis aufbrechen oder Fahrten auf Eisbrechern buchen. Die Antarktis liegt äußerst geschützt. Die Sonnenstrahlen fallen in schrägem Winkel ein, sodass die Temperatur nicht so schnell steigt. Der Temperaturanstieg geht langsamer voran. Dort wird es gut 20 Grad kühler sein. Aber an den Polen zu überleben, ist alles andere als einfach. Das sind lebensfeindliche Orte. Man tauscht also nur einen lebensfeindlichen Ort gegen einen anderen. Dort gibt es keinerlei Infrastruktur, Landwirtschaft oder Nahrung. Ein amerikanischer Forschungseisbrecher ist vor der Küste der Rossinsel in der Antarktis unterwegs. Seine Mission ist nicht, vor der rapiden Klimaerwärmung zu fliehen, sondern sie zu erforschen. Die Wissenschaftler kommen noch immer an Eisbergen und Schollen vorbei, aber sie schmelzen schneller als je zuvor. An Bord des Eisbrechers zeigen Computermodelle, dass es nicht einmal einen Monat dauern wird, bis alles Eis in der Antarktis verschwunden ist, wenn wir uns weiterhin mit dieser Geschwindigkeit der Sonne nähern. Wenn sich die Erde der Sonne annähert und die Temperaturen steigen, schmilzt das Eis in der Antarktis und lässt den Meeresspiegel ansteigen. Weltweit werden Küstengebiete überflutet. Der steigende Meeresspiegel würde sich an den Küsten Hawaii's auswirken. Große Teile von Bangladesch liegen nur knapp oberhalb des Meeresspiegels. Die Niederlande wären Geschichte. In Louisiana würden Orte von New Orleans überflutet. Der Wasserpegel steigt konstant weiter an. Von Maine bis Key West, von Alaska bis runter nach San Diego. Das Mississippi-Delta reicht bis nach Oklahoma. Die Promenade von Atlantic City steht unter Wasser. Edle Casinos weichen dem Meer. Selbst kilometerweit landeinwärts, abseits gefluteter Küstengebiete, verändert schmelzendes Eis weltweit die Landschaft. In Zermatt in der Schweiz zeigt das Thermometer 43 Grad. Plötzlich ist ein Rumpeln zu hören und eine seltsame grau-weiße Staubwolke breitet sich in den Straßen aus. Sie stammt vom nahegelegenen Matterhorn. Am Fuße des Matterhorns gibt es Gletscher, die dazu beitragen, ihn zusammenzuhalten. Wenn sie schmelzen, würden Teile des Berges bröckeln. Vom Matterhorn über den Himalaya bis zu den Anden gäbe es heftige Lawinen. Unvorstellbare Massen von Eis und Schnee erwärmen sich und brechen auseinander. Während die Temperaturen immer weiter steigen, tauchen Feuerstreifen am Himmel auf. Und selbst der kühlste Unterschlupf wird der sengenden Hitze preisgegeben. Wenn die Erde ihre Umlaufbahn verlässt und in Richtung Sonne driftet, wie lange können wir Menschen überleben? Nach fünf Wochen ist die Erde mit einer Geschwindigkeit von gut 35.000 Kilometern pro Stunde bis auf 119 Millionen Kilometer Entfernung an die Sonne herangerückt. Der Himmel ist von flammenden Streifen durchzogen. Hunderte Satelliten stürzen als Feuerbälle auf die Erde zu. Die Erdatmosphäre besteht aus Gasen und die dehnen sich bei Hitze aus. Dadurch wirkt auf Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen plötzlich ein Widerstand. Und der destabilisiert ihren Orbit. Sie fallen wie Meteoritenschauer auf die Erde herab. Satellitenausfall bedeutet, dass früher oder später weltweit kein Fernsehen oder Radio mehr verfügbar ist. Auch Handys und Internetverbindungen geben langsam den Geist auf. Denn das Stromnetz ist völlig überlastet durch den Einsatz unzähliger Klimaanlagen. Nach etwa 35 Tagen dürften die Temperaturen so weit angestiegen sein, dass sie die höchsten je auf der Erde Gemessenen übersteigen. Also so auf 57, 58 Grad Celsius. Für den menschlichen Körper ist da langsam Schluss. Wir können keine heiße Luft einatmen. Bei 60 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit um die 10 Prozent verbrennen wir uns die Lunge. Ich kriege keine Luft. In Lagos und anderswo auf der Welt ist von der Elektrizität lediglich ein Flackern geblieben. In Afrika und weiten Teilen Asiens haben sich Städte in Friedhöfe verwandelt. In Barrow in Alaska kämpfen die Menschen mit neuen, von Notstromgeneratoren betriebenen Klimaanlagen ums Überleben. Aber auch ihre Lage ist heikel. Die Stromnetze sind von den Tagen und Wochen im Kampf gegen diese Hitze so überlastet, dass sie zusammenbrechen. Ein weiteres Problem ist Feuchtigkeit. In Gegenden mit hoher Feuchtigkeit kann man ein feuchtes Tuch vor den Ventilator hängen und so die Luft abkühlen. Aber bei trockener Hitze braucht man eine kühlerähnliche Klimaanlage mit Kühlmittel darin, wie beim Auto. Lässt man die Klimaanlage drei Wochen am Stück laufen, während die Temperaturen von 20 auf 30, 40, 50 und schließlich über 60 Grad klettern, heizen sich die Kabelisolierungen auf und irgendwann überhitzt das Gerät. Das Kühlmittel verbraucht sich und das Gerät funktioniert nicht mehr. Dann sitzt man in seiner Wohnung und geht langsam ein vor Hitze. Das überlastete Stromnetz ist auch eine Gefahr für jene, die mithilfe von Kryotechnik dem Tod entgehen wollten. Hunderte Menschen haben sich kurz vor dem Sterben einfrieren lassen, in der Hoffnung, irgendwann weiterleben zu können. Ihre Körper haben die weltweite Hitzewelle überstanden, bis das Stromnetz schließlich unter der Überlastung durch den Bedarf an Klimaanlagen zusammenbricht. Im gesamten Südwesten der USA stoßen selbst die enormen Kühlanlagen großer Hotels an ihre Grenzen. Industrielle Klimaanlagen können das Zimmer an einem Tag mit 50 Grad Celsius Außentemperatur auf etwa 25 Grad Celsius herunterkühlen. Aber wenn draußen rund 70 Grad herrschen, ist es drinnen sicher auch um die 41 Grad warm. Man trinkt alle halbe Stunde etwas Wasser, damit der Körper weiter funktionieren kann. 41 Grad in einem Gebäude mit stehender Luft, das ist furchtbar. In einer Stadt nach der anderen fällt der Strom aus. Und Millionen von Menschen läuft die Zeit davon. Sie sterben an Hitzschlägen. Es herrschen extreme Temperaturen. Man kann nicht rausgehen. Man versucht, die Klimaanlage einzuschalten, aber es gibt keinen Strom. Also stirbt man einfach. Neben den Menschen werden natürlich auch Tiere dahin gerafft. Zuerst solche, die nur geringe Temperaturschwankungen vertragen und auf einen speziellen Lebensraum angewiesen sind. Aber dann sterben immer mehr und mehr Tiere. Manche sind bereits in das Leben in der Wüste angepasst. Aber die überleben wahrscheinlich nicht so lange, wie man meinen sollte. Denn die Wüsten werden als erstes unglaublich heiß. Die Erde rast mit rund 67.000 Kilometern pro Stunde auf die Sonne zu. Und es sind nur noch 109 Millionen Kilometer, die beide voneinander trennen. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei unerträglichen 76 Grad Celsius. Die Bezeichnung Albtraum trifft es eigentlich nicht mehr. Das ist die Pforte zur Hölle. Die Eishöhle von Ningwu in China war einst ein Rückzugsort für verzweifelte Überlebende. Jetzt wird sie zur tödlichen Falle. Die Hitze ist in ihr Inneres vorgedrungen. Irgendwann fangen auch solche Höhlen an zu schmelzen. Es gibt kein Entkommen. Selbst in der Antarktis herrschen inzwischen rund 55 Grad Celsius. Das liegt an der Grenze zum für Menschen Erträglichen. Das amerikanische Forschungsteam an Bord des Eisbrechers wird auf eine harte Probe gestellt. Die Antarktis ist wohl einer der lebensfeindlichsten Orte der Welt. Aber wenn es überhaupt noch Eis auf dem Planeten gibt, schmilzt es rapide. Die Polkappe dürfte höchstens noch aus Schneematsch bestehen. Boote wären ständig im Wellengang durch ins Wasser stürzende Eismassen ausgesetzt. Andere Orte zum Überleben gibt es nicht mehr. An Tag 47 herrschen weltweit durchschnittlich 103 Grad Celsius. Das liegt über dem Siedepunkt von Wasser. Dann sind Menschen nicht mehr lebensfähig. Wir bestehen hauptsächlich aus Wasser, würden also auch kochen wie Wasser. Unser Blut würde verdampfen. Und spätestens dieser Dampf würde im Hirn oder im Herzen zum Schlaganfall oder zum Herzstillstand führen. Der Organismus stellt den Dienst ein. Exitus. Die Ozeane verdunsten und Dampf breitet sich auf der ganzen Welt aus. Das ergibt ein unerträgliches Dampfbad. Heiß wie kochendes Wasser. Die schlimmste Sauna der Welt. Der heiße Nebel hüllt die Ruinen von Havanna ein. Genau wie die geisterhaften Kanäle von Venedig. Und schon bald den ganzen Planeten. Während die Weltmeere kochen und die Menschheit der Vergangenheit angehört, brennen und schmelzen unsere größten Bauwerke dahin. Bei durchschnittlichen Lufttemperaturen um 93 Grad Celsius ist jegliches Leben an der Erdoberfläche Vergangenheit. Genau wie die Hoffnung auf einen Neuanfang im All. Es scheint naheliegend, dass wir im Falle einer solchen Katastrophe eine Art planetarer Arche losschicken und fortan auf dem Mars leben würden. Aber selbst wenn ausreichend Zeit wäre, um Raumschiffe zu bauen und zu starten, könnten wir unmöglich wissen, wohin wir sie ausrichten müssten. Berechnungen zum Start eines Raumschiffs hängen stark davon ab, wie genau wir vorhersagen können, was sich wann wo im Sonnensystem befindet. Jetzt driftet die Erde in Richtung Sonne. Das bringt unser gesamtes Bild vom Sonnensystem aus dem Gleichgewicht. Die NASA und andere Raumfahrtbehörden müssten damit umgehen, dass die Erde nicht länger an ihrer gewohnten Position ist. Wir können nirgendwo hinfliehen, nicht einmal ins All. Wenn wir den Mars bis dahin nicht bevölkert haben, werden wir es niemals tun. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Katastrophe. Nach sechseinhalb Wochen, in denen sich die Erde der Sonne genähert hat, ist unser Planet schlicht zu heiß, um darauf zu leben. Die einstige Weltbevölkerung von über sieben Milliarden Menschen ist tot. Selbst auf dem Eisbrecher in der Antarktis gibt es keine Überlebenden. Das Blut in den Adern der letzten Menschen kocht wie die Fluten um sie herum. Die Wasseroberfläche ist über 100 Grad Celsius heiß. Stürzt also ein Stück Gletscher hinein, würde kurzzeitig ein Eisberg am Forschungsschiff vorbeitreiben, während das Meer um einen herum leise blubbert. Sicher ein merkwürdiger Anblick. Wie ein Eiswürfel in der Suppenschüssel. Er existiert kurze Zeit, löst sich auf und verschwindet. An Tag 53 kochen die Ozeane. Fast alles Leben ist ausgelöscht. Nur in den Tiefen des Meeres könnte noch etwas existieren. Nachdem sich die Erde fast neun Wochen lang auf die Sonne zubewegt hat, herrschen auf dem Planeten deutlich über 300 Grad Celsius. Weltweit gehen Wälder plötzlich in Flammen auf. Häuser entzünden sich. Und Milliarden Bücher fangen Feuer. Während die Erde immer heißer wird, trocknet das Holz aus. Sobald die Selbstentzündungstemperatur von Holz überschritten ist, kommt es überall zu Waldbränden. Es gibt keine Menschen mehr, die sie löschen könnten. Also wüten sie einfach auf dem gesamten Planeten und produzieren Rauch. Der hält vielleicht einen Teil des Sonnenlichts ab, aber es wird trotzdem immer heißer. So heiß, dass sich Benzin von allein entzündet. Was mit Kraftstoff lief, wird zur Bombe. Über eine Milliarde Autos, Busse und Laster explodieren rund um den Erdball. Die Hölle auf Erden. Inmitten der Zerstörung beginnt eine andere Kraft, an der Struktur des Planeten zu zerren. Die Anziehungskraft der Sonne. Es ändern sich zwar die Temperaturen auf der Erde, aber die eigentliche Struktur des Planeten bleibt bis zu den letzten Tagen relativ gleich. Bis er dann tatsächlich innerhalb der Photosphäre ist, also innerhalb der Sonnenatmosphäre. Der Erde steht das Schlimmste erst noch bevor. Jegliches Leben ist ausgelöscht. Wahrscheinlich gäbe es nicht mal mehr Skelette. Jegliches organische Material würde einfach zu Asche verbrennen. Diese Welt ist völlig anders als alles, was wir kennen. Der Planet, auf dem wir einst lebten, ist nur noch 10,5 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und rast mit 800.000 Kilometern pro Stunde weiter auf sie zu. In dieser Phase würde die Erde wahrscheinlich wie ein riesiger Komet aussehen. Von der Meeresoberfläche verdampfen enorme Wassermassen. Durch die extreme Hitze der Sonne verdampfen auch obere Schichten der Atmosphäre. Das war's für die Atmosphäre. Dies ist der letzte Tag der Erde. Als er anbricht, herrschen rund 800 Grad Celsius. Zu Beginn des schicksalhaften Wegs zur Sonne stieg die Durchschnittstemperatur auf der Erde um etwa 1 Grad pro Woche. Jetzt steigt sie um fast 2 Grad pro Minute. Die Freiheitsstatue steht im einstigen Hafen von New York. Jetzt erstreckt sich dort eine riesige Schlucht. Der Hafen ist völlig ausgetrocknet und verdorrt. Lady Liberty besteht aus Kupfer. Ihre Fackel ist mit 24-karätigem Blattgold überzogen, das jetzt zu schmelzen beginnt. Ist es heiß genug, schmilzt Aluminium und sogar Stahl. Kalkstein und Granit schmelzen. Jegliches Anzeichen für Zivilisation wird ausgelöscht. Nichts bleibt von uns zurück. Zehn Stunden nach Anbruch des 65. Tages klettern die Temperaturen auf etwa 2000 Grad Celsius. Jetzt schmelzen sogar Berge und der Erdmantel einfach dahin. Was einst ein sogenannter Gesteinsplanet war, wird zu einer kochenden Suppe aus schmelzendem Gestein und Metall. Zweieinhalb Stunden später, gut anderthalb Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, verändert ihre Anziehungskraft die gesamte Form unseres Planeten. Was die Erde letztlich zerstört, sind nicht verdampfendes Wasser oder kochendes Gestein. Den Todesstoß versetzt ihr nicht die Hitze der Sonne, sondern deren Anziehungskraft. Ihre Schwerkraft aktiviert jegliche Erdbebenzentren auf der Erde. Überall auf dem Planeten kommt es zu heftigen Erschütterungen. Es werden sich Risse in der Erdkruste auftun, sodass Magma durch Neueröffnungen austreten kann und natürlich durch Vulkanschlote. Sämtliche Vulkane auf dem Planeten brechen aus. Die Erde wird auseinandergerissen. Während die Erdkruste aufbricht, steigt das verbliebene Wasser der Ozeane durch die Anziehungskraft der Sonne auf und verdampft in ihrer Hitze. Das letzte Licht, das die Titanic am Meeresgrund sieht, wo es all die Zeit finster war, wird also auf sie treffen, wenn das Wasser der Erde in der Sonne verdampft. Während die letzten Wassertropfen verdampfen, wird die Titanic für einen kurzen Moment noch einmal die Sonne sehen. In diesen letzten Sekunden, in denen gleißendes Sonnenlicht auf die Titanic fällt, wird die Erde auseinandergerissen und ist völlig der Sonnenatmosphäre ausgeliefert. Am Ende sieht die Erde fast so aus wie in ihrem Ursprung. Ein heißer Ball aus Lava, durch die Kräfte der Sonne verformt. Praktisch unsere Geschichte rückwärts erzählt. Die Anziehungskraft wird so stark, dass sich die Erde verformt und einfach in Stücke zerfällt. Und das war's dann. Letztlich wird alles zerstört. Das Schicksal der Erde ist, dass sie in Stücke gerissen wird, die dann in die Sonne stürzen. Wenn alles, was je auf Erden existiert hat, in der unberührten Atmosphäre der Sonne verglüht, könnte dabei eine Art Signatur entstehen. Die Astronomen an weit entfernten Orten bemerken und sagen, hmm, da ist was echt Verrücktes passiert. Die Sonne wird noch Milliarden Jahre weiter strahlen. Aber für die Erde ist alles vorbei. Das ist der Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang. Der Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang. Bis zum nächsten Mal. Mun as pers каб ein Haus. Die Sonne ist der Weltuntergang. Kommt! Das ist die folding der Welt unserer Straße. Dieseone Mira. Untertitelung des ZDF, 2020